Heyo Leute, wir nehmen gerade hier Beast Mode auf mit ganz vielen anderen YouTubern Und ich hab gerade Training glaube ich Aha, ja, Sironik hier Komm, Liegestützen und zack und zack und zack Aber hier erstmal schneller gehen Liegestützen zack 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 Aber hopp 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 Du machst das und nein ich möchte natürlich nicht so ernst klingen Ich bin auch da der Gomme und ich bin ganz nett Und auch dabei In unserem Team Ich bin total nett Au 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 So mit dabei sind Minecraft Experte LPMCF, LukePlays, BastiZockt Rettlarn Deine Abonnenten sind auch dabei Pixel Und Let's Hit Dommelbeck Das war Nodob Nodob guck mal was du hiermit auslöst Das war Nodob wirklich Der Blick zwischen zwei Männern Zwischen einem Schleimmann und einem Und ich steh dazwischen Halb angeschleimt Und halb Mann Naja Mann wo guck ich dann hin? An die Wand denk ich mal Ja ein Mann der Der halb behindert ist Und Ey guck ey Hier 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 und halb Mann Stopp mal bleibt mal stehen und halb Mann Es geht los Es geht los Achtung Halb Nodob möchte seine Begrüßung schaffen Baut ihr mal bestens mal die rote Wolle ab Ich bin hier vor dem Dachen gekommen Ja das habe ich eben erwähnt Ganz genau Wir sollten erstmal rote Wolle abbauen Denn in der Mitte von der Karte ist eine Truhe Und dort einfach zaubert Da ist ein Team Da ist ein Team Na stimmt Stell das Bett mal irgendwo an die Wand und dann irgendwie Hier 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 Kommt hier hoch schnell Leute nicht blöd Ja schnell das geht Das muss ganz schnell gehen Ich habe schon 13 Wolle Wir brauchen ungefähr 30 Kommt hier und geht da hoch und dann baut die Wolle da unter ab Ich kann da nicht schlafen Doch kann ich Ich kann die Wolle nicht abbauen Jo doch Ok ich lege schon mal vor ne Ich lege schon mal vor Crazy leg dich bitte mal ganz schlafen Ja Nicht dahin stehen kommen Das kommt ja von alleine heraus quasi Ja ja aber ich muss die Items gut holen Ja und ich baue mich schon mal in die Mitte ne Helft ich brauche gleich wieder Steine Leute wo ist das Bett Hinter der Wand hinten Ich brauche Steine Jetzt brauche ich Nachschub Hier ist Bett nicht Hallo nicht 64 Blöcke gebaut Ach da oben Wir brauchen schnell wieder Steine Also die roten Wollblöcke Hier kommen wir mal hier 64 Stück davon Nein warte Halt das nur rein raus oder? Hä woher hast du die? Ich kann man hier handeln Ne man kann sogar schlafen Ok Ja ja Ich baue das noch oben Äh oben drüber so zwei Blöcke Komm raus Nicht schlafen Oh oh ich glaube ich komme da gleich drüber Also über der Truhe raus Wie komme ich denn dann wieder da hoch Und kann fliehen Blöcke Ja stimmt aber hier kommen ja noch andere Deswegen das wird richtig knapp hier gleich bei mir Die sind in der Mitte Die sind in der Mitte Schlagt den Spring und Schlag Spring und Schlag Ich guck mal ganz kurz was wir hier für Waffen kaufen Hä wie hat der das so schnell geschafft Ach wahrscheinlich war er den Stack Da kann man ein Schwert kaufen Einfach den herunterschlagen Ja er ist unten Ja wo ist hier ne Kiste Wo ist hier ne Kiste Das haben die Gegner ja schon genommen Ja wo ist der hin Ja wo ist die Kiste hin Wir haben keine Kiste glaube ich Hä woher hatten die dann vorhin den verzauberten Bogen Einen runter geworfen Juhu Keine Ahnung Ich hab Steine geh weg ich hab Steine ich hab Steine Mit dem ganzen Zeug kannst du dir Sachen kaufen nur zur Info ne Also mit diesen Eisenbarren und Silber und so Hast du da alles gekauft Ok geh rauf geh rauf geh rauf Nein da sind wir runter geworfen Oh 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 nein ich bin tot Nein 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 Aber ok was müssen wir Ok erstmal gute Sachen kaufen würde ich vorschlagen Ja eins nach dem anderen Einige müssen zurück Ich hab mir ein Schwert genommen Wo gibt es eigentlich was zu essen Essen wahrscheinlich auch da oben ne Gib mir mal ganz bisschen Bronze bitte Hier 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 wie viele denn Einfach mal Ist das Bronze ja Bei dem zweiten Ey ich brauch ein Gold Kann ich ein Gold haben bitte Gold ja hab ich ein Gold da bitte Wir müssen Äpfel kaufen hier Könnt ihr mir vielleicht mit was craften Ich werd hier euch die Sachen verwalten Die verschiedenen Erze Und was brauchst du Kupfer alles einfach mal her Ich will mich vielleicht schnell Ja gib mir auch vielleicht Sachen dann Ja im Bogen mit Infinity Ja ihr rüstet euch alle auf Nein ich mach hier so 8 Äpfel Hier 1 2 für dich 2 für Crazy 1 noch für Crazy Und 3 für mich weil ich 3 brauche gerade Ok Und ähm wie ist das mit den Schwertern Wer macht Schwerter für uns alle Ich hab ein Schwert aus Gold Du musst die kaufen Ja bei dem ganzen Ey kauf die Schwerte für 8 Eisen Hast du noch 2 Eisen Gomme? Nein hab ich nicht 2 Eisen hast du doch Ich hab ein Eisen Doch ich hab 3 Eisen hinter dir 3 Eisen hinter dir Danke Und wo kann man hier was kaufen Ach hier Bei den Villager Ja aber wo krieg ich ein Schwert Mein Tipp äh kauf nichts zu teures Weil die fallen eh oft runter hier Hat jemand Gold Ja ach hier kommt ein Gold Kommen wir hier mal die Sachen 1 Goldbahn brauch ich Wo kann man die Rüstung kaufen? Gut Auch hätten wir jetzt nicht so viel würde ich sagen Wir haben ja keine Tour Also kauft euch immer nur das was wir brauchen Und versteckt am besten die Sachen irgendwo Blocks, Pickaxe Mh Ach die haben sich am Anfang für 8 Dinger die Blocks gekauft Ja klar die Blocke kauft euch auch Ja eben da hatten wir unseren Fehlank So ich hab erstmal ein mittel starkes Schwert gekauft Hä warum geht das nicht ich kann das nicht nehmen Hä Pickaxe mit einem Fehlz Ach Silber warum muss ich denn da Silber reinlegen Oh ne Da krieg ich so ein Billig Schwert Ey Es gibt eine Potion Und die heißt ähm Beast Mode Da musst du ein Bett reinlegen Das hat Dom sie vorhin schon erzählt Wer auch immer Ein Bett okay Was macht das? Ja wollte ich auch grad fragen was macht man damit? Damit ist man wahrscheinlich übelst stark Weiße reicht nicht an Blöcken Wo kann man Rüstung kaufen? Hier wo ich gerade stehe Okay Okay was unsere Taktik Wir müssen ja die gegnerischen Betten abwarten Ja Taktik brauchen wir echt immer Also auf jeden Fall Nicht alle weg gehen von der Basis Sonst sind die schutzlos ausgeliefert quasi Ich hab noch ein Brustpanzer für jemanden Ne doch nicht Ich bräuchte Ich hab doch noch selber für mich Okay Zack zack Ein Bett ist unten Das ist von Sander und Alex Die rechts von uns sind Das Bett ist unten Hast du das gemacht? Ja ich hab mich rüber gebaut rechts rum Sehr schön Nodob Das war ne harte Arbeit Ich hatte noch drei rote Wolle zum Glück Krass Nodob gute Strategie Ecken ausgelassen Nein Ich brauch wieder Steine Kann mir jemand Steine kaufen? Wo kriegt man die? Ich hab mir ganz viele Hosen ausgelassen aus Versehen Dann zieht euch Ich zieh mir eine an Unsere Sachen die wir nicht brauchen Die können wir nirgendwo speichern Das ist flippste Scheiße Oder kann hier irgendwo Ich bin auch runter gefallen Doch für ein Eisen kann man die Kiste kaufen Mach ich mal eben Ich bin auch runter gefallen ne Also die werden wahrscheinlich da gerade sich in die Mitte rüber bauen Ich mach dir mal genau die gleiche Taktik die du auch gerade eben hattest Hier oben ist jetzt eine Kiste ne Dorm Äh crazy Okay Lol da kann man ja auch gute Rüstung kaufen Auf erstmal 38 Rosen ne Oh ne ich hab die Äpfel bei euch gelassen verdammt Boah ich wär fast in Lava Das wär so bitter Halten wir die Mitte eigentlich Das spawnt ja auch ab und zu gold die ganze Zeit Ab und zu die ganze Zeit ja Einen Schwert mitnehmen für nen Kampf da Die zeigen wir uns hier unseren Gang hier ein bisschen sichern Oder? Ja könnte man machen Ja baut da irgendwas hin Dass die nicht so rüber kommen können So einfach Werfen paar Lederhosen runter Okay ich bau jetzt unsere Seiten hier zu Ich werde hier glaube ich gleich bei Domse angreifen Hör unsere Basis zu Leute Ja ja sonst kauft ihr mal die besseren Blöcke Die länger zum Abbau Äh ich hab gleich noch ne gute Rüstung Soll ich damit gleich runterspringen? Nein ich bin einen Schritt nach hinten gegangen mit zwei Stapelblöcken Nein falsch richtig Oh ne ne Ähm und soll ich gleich wenn ich oben bin dabei Domse ähm mit der guten Rüstung runterspringen Ja ne wusste ich ja aber komm ein Team ausgelöscht Ich muss bedenken du musst noch äh was machen um das Team auszulöschen danach Das stimmt auch wieder Also Basis hier am besten mal so zu Ist schon sinnvoll oder? Ja Nein Ich kann zwei Eisen verschwenden So Lol wer ballert mich da denn ab? Ach da ist einer Ah sie haben mich gesehen die Taktik ist aufgeflogen Verdammt Ja ich denke mal deswegen haben die jetzt auch bemerkt dass da so ne Taktik vorhanden ist bei einigen Dann geh ich mal eine Station weiter Ich hab mir 18 Goldblöcke Sind Goldblöcke gekauft Damit können wir uns nämlich ziemlich gut das Bett verteidigen Damit geh ich mal weiter Ich probier die Strategie einfach mal beim nächsten Ich glaube mal Ich find die Map unglaublich geil gerade Ich auch das macht auch ziemlich geil Oh schon entdeckt das gibt's ja noch nicht Ich wurde entdeckt Die ist auch von dem was du mal wollt oder? What up? Ähm Das wollen wir im Game Mode geben Müsst ihr bitte sagen Warum? Er will zuschauen Er ist schon runter gefallen und stirbt Oh oh ich werd hier mit Pfeilen angeschossen aus allen Richtungen Macht was ihr wollt Wir verlieren Zeit durch Was soll ich machen ich bin hier unten Ich werd von allen Seiten beschossen Hey wo kann man Blöcke kaufen schon wieder? Bei den zweiten von rechts glaube ich Blocks genau Ich werd von allen Seiten beschossen Unglaublich Ich hoff die Ich kauf jetzt mal Gold Nee 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 Gold Ich hab ein Gold zu wenig Nee ich kann ja einfach so nehmen So und dann jetzt hier den Golden So jetzt ist das hier relativ gut bestürzt denke ich Die ersten die eine zugewahlte Basis haben Nee hatten die anderen auch schon als ich Alex angegriffen hab und so Vielleicht mach jetzt mal noch eine zweite Schicht Das ist glaube ich sinnvoll als überall zuzubauen Wir müssen aber noch rauskommen Ich hab unser Team nicht gut verteilt ich denke ich Ja durch die vorne kommt man auch gut raus Ja ich bin glaube ich jetzt habe ich eine gute Chance bei der Kev Also bei Kev Achso Ja der heißt in Minecraft so Aber das eine Team verrät mich weil die auf mich schießen Und ich hab kaum noch Nein die Blöcke reichen nicht Wollt ihr mich verarschen Das hatte ich auch das hatte ich auch viel zu wenig eingeplant Da renne ich wieder her Lol wo bin ich denn Kann mir jemand Blöcke kaufen ich renne da einfach wieder hin Ich kauf dir Blöcke Ja mach mal bitte Ordentlich Hier ist ne Kiste da hab ich auch schon einiges Reicht dir ein Stack? Ja ja das reicht Du brauchst 2 Stacks etwa glaube ich Ja ich bin ja stimmt ja auch wieder Boah ich hoffe mal einfach dass das Stack reicht Kommen wir unser Bett ein bisschen besser zu Das habe ich schon ziemlich gut zugegeben Du musst auch noch rauskommen Außerdem darfst du nicht so sein wie vorhin bei Cube Control Dass man nicht mehr spawnen kann Ja klar aber ich meine nicht so zu bauen Ich meine mehr so Die kommen wir in die Mitte passt auf Da sind welche in der Mitte gleich Okay ich will dann auch ein bisschen action Ich baue jetzt noch ganz kurz zu Okay ihr sichert schon mal die Basis Ich probiere hier noch einmal mein Glück Obwohl ich wirklich nochmal Blöcke Ähm Sironik kannst du mir noch einmal Blöcke runter schmeißen Ein Stack Ich bin hier auf der linken Seite Ähm Schmeiß mal bitte ein Stack runter Da ist so ein kleiner Steg Da kannst du du ähm Wenn du über den Steg läufst Läufst dann kannst du mir welche hinschmeißen Geht nicht Geht nicht Sironik lass mich nicht alleine Ja ich kann mal Also ich hab eine schlechte Rüstung Schwert und wo Schmeiß mal bitte Blöcke entgegen Kauf ein bisschen mehr Waffen Und packt in die Truhe Damit ich auch gleich was haben kann Wenn ich wieder da bin Also Sironik Das ist alles verschwendete Zeit Ich brauch Blöcke Ich komm her Wo bist du? Ja hier runter Da über den Steg werfen Da schaffst du Ein Mega Ich hab doch da schon ein Steg Okay das schaffst du Einfach hinwerfen Oh was machst du denn? Der Werf Der Werf Komm das schaffst du Erst muss ich mich sicher fühlen Hui Fühl mich sicher Dankeschön Ich glaub ich werd schon wieder Angegriffen Jo mach das Aber wenn ich noch ein Bett Abbauen könnte Das wär richtig gut Natürlich haben wir dann noch nicht gewonnen Aber dann haben wir eigentlich schon mal Zwei Team ist so gut wie Richtig stark geschädigt Wir haben noch nicht gewonnen Aber oder die besiegt Aber Wie viele Teams haben schon ein Bett verloren? Ein Team Eins glaub ich nur Oh nicht so gut Naja Ich bin an ihre Tour Ich hab ein ganzes Geld Hahaha Und das Bett? Das mach ich lieber nicht Das lass ich dir jetzt grad die Ehre Aber ich hab oben rum einen Weg gebaut Haha ich hab ein ganzes Geld 28 Eisen Ne Doch Geil Nodob ist weg Komm her Nodob Komm her Nicht runterfallen Und Achtung Kev nimmt auch die Runterbautaktik Wenn ich noch 3 Eisen habe Da kann ich mir Richtig gute Brustdingen kaufen Ich hab hier nur 3 Ich hab 28 Wie viel hast du? 28 Und 5 Stapel Kupfer Nodob komm in die Basis Ey die gehen auch unten lang Nodob die nehmen deine Taktik Pixel komm zu uns Pixel Eddy Nein Spaß Oh ne Ok ich bleib mal bei euch hier oben Crazy So ich hab hier einiges an Ich hab hier einiges an Ich hab in unserem Dorf Aufgeknallt Hat jemand von euch Waffen und Ausrüstung noch übrig? Ne ne Wir müssen auch auf unten aufpassen Ey passt auf die kommen jetzt zu uns lang Oder passt du Eisen? Ähm ja Silber hab ich ganz viel noch Ich baue grad ne neue Kiste Also und Silber vielleicht Ihr dürft das nicht so bauen dass die hoch springen können Auch wenn da die Kiste ist Aber ähm Das ist zu gefährlich wenn andere da hoch sich bauen So hier ist ganz viel Silber und Eisen Ach da oben ist ne Truhe okay Wo ist eine? Wollt ihr nicht ausrüsten? Wie komm ich da hoch? Aber darf ich nicht grüne Rüstung ist das schade Hast du dich da hoch gebaut oder wie? Jaja die pinken Blöcke kannst du ja ab Oder nimm dafür Wolle am besten zum hochbauen Oh krass Da ist Geld drinne Amor Ah die sind abgehauen Ja die sind abgehauen Ähm Ich hab ein bisschen Äpfel gekracht Uhuhuhu Ja Ihr habt einen runter gehauen Boah über die ganze Ja hau lieber das Bett runter Das wird tausendmal besser Gold war da oben noch Gold dran ja ne Ja Ja aber nur ein Stück Gold bekommst doch nur 30 einmal pro Minute Und in der Mitte zweimal pro Minute Ah ja hier lag ja noch mal Gold Zumal die Mitte kommen oder so Stimmt So Gold hab ich Einen Pfeil und Bogen hab ich auch Unendlichkeit na toll Hexel fällt runter Hexel fällt runter Gut Aber die haben halt noch ihr Bett ne Die ist grad Pixel ab Ja Richtig geil Okay So ich rüsste mich mal eben aus Ich hab Pixel abgeknallt Juhu Glückwunsch Pixels Bett ist auch schon weg Echt jetzt? Feinst du sie haben nämlich grad ihr Bett verloren Anscheinend Also er wurde grad in Adventure Mode gesetzt Sind nicht schon welche aus dem Spiel raus Dadurch Also aus dem rechten Team wo du vorhin das Bett abgebaut hast Da müssten doch eigentlich auch schon welche gestorben sein oder Ja Die sind glaub ich alle schon weg Oho Geil Ey wollen wir die Basis einnehmen von denen irgendwie Da kriegen wir doppelt so viele Items und 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 Ach echt Ach stimmt wer wird da die Sachen holen können Und woher kriege ich Woher kriege ich Pfeile Woher kriege ich Pfeile Äh Kaufen Wo sind Achso da sind ja noch mehr Okay Mal sehen ob das klappt hier bei Basti und so Alter die Map ist cool Ich finde die auch richtig geil gemacht irgendwie Also mal was anderes auch wieder Vom Design her Ich hab mich an irgendein Spiel was ich hier gespielt habe Ich weiß nicht mehr welches Gib mir mein Eis nach Nee Okay das war nur Bronze und Bronze Verdammt Egal Ich hab hier durchgekommen Boah Richtig krasser Bogenkampf Deswegen red ich auch nicht Glaub nicht dass ich hier durchkomme oder Ja ja ich hab mich schon gefreut dass du hier mal nicht geredet hast Komm ich lieb dich auch Ja ja ich auch Ich lieb dich auch Boah Jetzt kommt Gomme Oh oh Wenn ich runter geschossen werde dann ist aber hier Zapfenstreich Sind da welche? Sag doch dass da welche sind Ja sind welche Dann sag das doch ich dachte da ist niemand Hab ich nicht gesagt Ja super Hat jemand von euch ne Spitzsacke Ey ich bin der Prostar nicht mit Protection 1 Ich hab Protection 3 Ich brauch ein Pfeil Hier ist mein die Kiste ne? Ich brauch ein Pfeil Immer noch Der Bogen scheiße sie haben mich entdeckt hier oben Ja die eine Strategie geht nicht mehr Ich hab aber jetzt hab ich von oben gemacht Sironic hast du ein Pfeil? Ja nur einen Ach toll ich find keine mehr wo kann man die ach da Du kannst ein Pfeil kommen Ja gesehen Und ihr habt das Team von Doms oder Welches Team ist weg? Das rechts von uns ist geradeaus oder das links? Das rechte Nein Doms hat mich erwischt Scheiße Fuck ich bin Das lass ich jetzt Egal egal Auf welches Team bist du grad gegangen? Auf das linke ne? Auf das ja Auf der rechten Seite ist keiner mehr oder? Und das sind auch keine Sachen oder? Habt ihr hier irgendwie Ausrüstung? Ja Keine Ausrüstung anscheinend Die grüne Rüstung nicht anziehen Warum er die an hat Nicht? Warum? Ich hab dir nicht ernsthaft das ganze Silber aufgebraucht oder? Ich will auch mal ne Waffe haben Oh scheiße das hab ich noch dabei Warte 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 ich bring dir das vorbei Warte warte ich bring dir das vorbei Du bist das wahnsinn Ja bin ich echt Und die grüne Rüstung ausziehen Warum? Es hilft dir nicht das ist vom anderen Team Achso schade Will wir einen Bogen mit Infinity? Ja Ich brauche ne bessere Rüstung Ich nehm keinen Bogen mit Ich hab einen Bogen mit Infinity Okay dann rüste ich mich neu aus Einen Feuerzeug gibts hier bei dem einen Kollegen Damit können wir die Sachen hier anzünden Deinen Kollegen Hier bei dem Dorfbewohner Steht hier auch drüber Das ist für den Bogen und den Pfeil Müsst ihr aufpassen Nicht so oft Pfeile ausgeben dafür Das kostet Silber Scheiße Silber ist mir viel zu teuer Ich hab zwei Stärketränke Willen wir einen? Ja klar Gerne immer her damit Obwohl ne leg den mal in die Kiste Wenn wir später hier mal angegriffen Ich hab jetzt zweimal hast Da ist ein Stärketrank Wer auch immer den haben will Noch niemand glaube ich Leg den mal in die Kiste Dann haben wir den auf jeden Fall schon mal für später Und da läuft grad einer Komm Treffer Kein Treffer Das ist ehrlich gesagt das beste Wenn man in der Basis ein bisschen Nein die Ja wenn man so eine mittlere Basis hat Obwohl Ich hab ihn einmal getroffen Hier grad den Kev Ich hab hier Na Treffe ich ihn noch mal Ich geh jetzt mal zur rechten Basis Um mir Sachen zu holen Oder geh mal Auf die mittleren los Ich schieße einfach dauerhaft Dann gucken die nämlich nicht mehr So ganz viele von der schwachen Rüstung Hab ich jetzt mal in eine Truhe gepackt Und die alle rankönnen Aber sie dürfen sie halt nicht benutzen Geh ran Ich schieße Ja Ja Okay Pass auf den Pfeil und den Bogen auf Immer schon sneaken Sonic Boah Ne grad am Arsch der Welt Kommen die? Ähm ich seh die ehrlich gesagt nicht Ne die kommen jetzt kommen die Jetzt kommen die Sneak einfach Der sieht dich nicht Hast du eine Spitzhacke? Bogen Ah ne Okay Die sind von unten ab Pass auf von links wirst du auch beschossen glaube ich Die sind von unten ab Pfeffer TNT Ja jetzt nicht mehr ne Pass auf äh Sironic hängt doch da auch ab Achso hab ich gar nicht mitbekommen Sironic über dir geht gleich glaube ich TNT hoch Ja ich hab's aufgebaut Nein das ist weggemacht Ich glaub von ihm Nein Luca hat es gewogen Okay Pixel hier fliegt schon rum Nein 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 oh fuck Oh hier ist Das TNT hier Nehm ich mit rüber Oder behalte es zumindest im Inventar Ähm und wir müssen wir dürfen die töten ne? Äh ich back hier rum in einem Block Was denn das für ne Kack Ah geht wir Warte komm mal bist du das? Ja bin ich Wir sind alle hier grad in der Mitte Oh wir müssen mal ein Luke helfen hier Ich hab Luke getötet Hier Fuck fuck nehmt den Pfeil Ich klaut ihn euch den Pfeil und den Bogen Ich Lebst du noch nur noch Komm mal rauf Ich bin gestorben Aber ich hab mein bestes gegeben Ah ich Ich hab Kev gleich Ja ich hab Kev Ne Ich hab Kev mit dem Bogen Nice Lauf Hat jemand Nein ich brauch ein Feuerzeug irgendwie Der Typ will nicht mehr mit mir handeln Max ich hab ein Infinity 1 Schwert Infinity 1 Hä wieso will der Schwertertyp nicht mehr mit mir handeln? Äh was brauchst du? Ist Luke tot für immer? Schwerter brauch ich Ich hab keine was Ist Luke für immer tot? Nein die sind noch nicht tot Der hat Ich komm wieder bei Game Mode Ich komm wieder bei Game Mode Was? Warum will Luke dann Game Mode? Äh ne Äh ne Ey Nodob ich hab deine Sachen Komm wieder Ich lauf zu dir Ich hab Strength Nodob ich hab alle deine Ausrüstungsteile Ich hab alles Könnt ihr noch mit dem Typ handeln? Schwerter Dann kauft man ein paar Ich hab doch alle deine Sachen Ja aber trotzdem Wir brauchen noch mehr Schwerter falls ich doch noch mal sterbe Oder und wieder und wieder und wieder Oh 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 Tee Tee Ach so wenn schon jemand mit dem Handeln kann ich nicht mit dem Handeln Und der Typ hier buggt einfach Ok ich kann auch handeln Warte mal hier sind alle deine Sachen Ja ich kämpfe gerade gegen Kev Ok auch dein Bogen liegt da wieder Nodob Ich hab deinen Pfeil nicht mehr retten können Ok Ich hab noch deinen Brustpanzer da Deinen alten Was ist Ich hab Michael's Expert Ich bin bei denen in der Basis Oh Achtung Bei uns ist einer Bei uns ist einer Nein Ich bin in der Basis Ja Nodob du bist der Held hier gerade Leute ich hab irgendein Team Ich bin bei irgendeinem Team in der Basis Nodob hast du ein Schwert Nodob können wir uns wieder austauschen Über uns Ich wusste doch dass sie welche Leute wir haben eine Basis eingenommen Ich hab eine Basis Mann die sind gerade bei uns Ja warte 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 Domse Du sollst hättest du noch nicht bemerkt Soll ich kommen Leuchte soll ich kommen Soll ich kommen Ja Geil Die Ausrüstung müssen wir wegpacken Auch die Schwerter Hallo Braucht ihr Hilfe Ja eigentlich schon aber Gerade haben wir es wieder geschafft Klappt alles Oh du arme Pfeile Krieg ich ihn Ace Ne ok ich krieg ihn nicht Schade Ich pack den jetzt weg Ich nehm den nicht mit Aber wir brauchen schon wieder eine neue Truhe Pfeile Pfeile habe ich da hinten bekommen Wir sind im Finale quasi jetzt oder? Echt? Gegen welches Team denn? Domsund Ich hab gerade das eine Team ausgelöscht mit Minecraft Experte Und quasi gestürmt Oh cool Und Luke habe ich erschossen Ich kann mit dem Typen nicht handeln Ja das habe ich auch das Problem Weil Ronic den angehandelt hat Und dann hat er irgendwie Gebackt oder sowas Also es ist jetzt nicht Ronics Schuld Aber ich habe keinen Pfeil Doch hier ist noch ein Pfeil Und hast du Gold oder? Wenn du Gold hast Ah Klar Ich packe das in die Währungskiste hier oben Wer hat den Trank geworfen? Ja frage ich mich auch gerade Wer... was? Rettler ist ein Gegner Ja und? Ich habe hier auch einen Trank gehört In der Mitte sind glaube ich gerade welche Aber ne da ist nur einer geflogen Oh was liegt... Ah Gold Wunderbar Ah 2 Gold Na super Ah ne ne 1 Gold Wer kommt da? Der Brett in der Mitte Ok sehr schön Du bist da crazy? Hä? Wo ist das da? Ich habe die Basis hier eingenommen Und ich bekomme alle Währungssachen Ich habe schon Währungs und Gold Ja ja aber ich würde ja nicht die ganze Zeit bleiben Ja mach ich auch nicht Jetzt doch Du Abstaube Ok komm Mit Strength, Speed und Haste Der Helm ist auch egal so Ich werde einfach hier mitstürmen Ich komm mal Achtung von links kommen welche ne? Oder seid ihr das? Warte mal Ne Redland kommt Von links kommen welche Auch Redland kann so schnell wieder spawnen Oder was? Ja ja aber wir waren auch relativ schnell Muss man sagen Ich bin ja nicht respawn Ich habe mit meiner Spitzhack Direkt den Kopf eingenommen Ach ist das das Team Da hinten? Ja ne? Nur auf die leben Da auf die los? Ja Oh oh Nein Nein Ich bin's Komm kann ich mich noch hoch bauen? Nein Oh Fail der Woche Team von Basti Das schicke ich bei MrTrashback ein Ich habe mit dem Schwert Mit der Hose Ist jemand unsichtbar? Junge Warte mal Hab ich die IP noch gut? Oh leck 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 Ja bei Du wärst geschlagen von irgendjemandem Von Exorcist die ganze Zeit Er hatte Waffe aber Hä? Was hab ich denn hier nicht gesehen? Lol Hat der irgendwie OP? Ne ne? Eigentlich nicht Ne ne Invisible Potion können sie ja gar nicht haben Das geht ja nicht Toll ich brauche ein Schwert und eine komplette Ausrüstung Hier liegt noch ein Haufen Sachen Ich weiß aber nicht was Nein runtergefallen Scheiße Scheiße Ja eben ich bin auch runtergefallen Er versucht einfach nur immer rüber zu waschen Ja das nervt aber es ist eigentlich nicht so dumm Ne Das ist ja Nervt extrem sogar Ja Ja es ist quasi sowas wie Ja Ne nicht unfair play aber Es nervt einfach So äh Schuhe Habe Schuhe habe ich wahrscheinlich hier nicht mehr Doch hier sind auch Schuhe Wunderbar Die Sachen packe ich da rein Das auch Bomm ich jetzt einfach über Redline rüber so Da kann nix machen Geht's wieder in die Basis die ich eingenommen habe und hol da die Sachen Redline wird wohl nix ne Was schreibt Domse da gerade? Hä Ich habe Sachen aus der Basis genommen von denen weil ich habe nur ein Eisen Hä? Und ich kriege keine Schwerter mehr weil ich nicht mehr mit den Kollegen handeln kann Handeln Das ist gerade echt blöd irgendwie Hat noch jemand von Hab ihr Bett Hab ihr Bett los Hä wo ist das Bett? Hat jemand Hat jemand von euch ein Schwert? Warum ein Schwert man? Ey man kann nicht mit dem Kollegen handeln hier Ja okay ich habe ein Schwert Hä woher denn du bist unsichtbar bei mir Die hat's aufgesammelt Syronik Weißt du was ich mache jetzt auch die Rettung Einfach Ihr Bett ist weg Wascht sie ganz schnell rüber Ihr Bett ist weg einmal Ihr könnt wieder hinsetzen aber es ist glaube ich nicht nach Ich bin mir nicht sicher Aber ihr seid irgendwie bei mir unsichtbar Ne nur noch das sehe ich aber Syronik nicht doch da hinten Ach der ist schon in der eigenen Basis Ach so hat er sich schon wieder ein neues Anwesen gegönnt Ja Bett ist weg? Okay Ich hatte übelste Lack gerade eben Ne ja bei mir auch irgendwie Sie ist schon ihre Hä? Ihr Bett ist auf jeden Fall weg Du musst mal schauen Nein von da wo du aus kommst Nach links oder rechts? Rechts Gerade aus Warte Gerade auskommen Ja wo ich gerade brauche Ich wollte den unteren ab Du den oberen Okay ich habe keine Steine mehr dabei Ja wo seid ihr? Ich habe ein Schwert dabei Okay ich habe einen Pfeil und Bogen dabei Ja ich habe einen Bogen bekommen Geil Reifte an Reifte an Rettler hat ein Schwert auf jeden Fall Töte ihn zuerst am besten Ja Rettler weg Oh Domse habe ich Hey was machst du NoDop man Das ist nicht Passt ihr auch weg so Rettler Hä? Ihr Bett lebt hier schon wieder irgendwo Also steht schon wieder irgendwo Arrow 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 Okay ich habe Da oben Da oben ist ein Bett Ich habe wieder Bogen und Pfeile Ich komme auch zu Hilfe Hey warum steht da oben Bett Weg 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 Ja bau es ab So Okay Geschafft Wer lebt noch? Auch wenn NoDop am Ende Übelst meine Kills geklaut hat Ach so Es lebt Weil er lebt noch Oh Left the game Anscheinend haben wir gerade Haben wir gewonnen? Krass Das war gerade Hartz am Ende Das war echt heftig noch Ey Nur noch Pizikon tot Luke ist game out Ja ja klar die haben wir auch gewonnen Äh wir haben gewonnen Ja wunderbar Also dann für meine Zuschauer Ich hoffe es hat euch gefallen Und für eure natürlich auch Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja dann lasst eine Bewertung vielleicht da Und ansonsten Tschö mit Ö Jo Und bis zum nächsten Video Tschö Map ist üblich geil Ich mach die irgendwann nochmal Okay dann von mir auch noch bis zum nächsten Mal Und tschö tschö